Wenn wir nicht genug aufpassen, können wir mit Leichtigkeit in ein paar Jahren wieder in diese trüben Zeiten abrutschen. Dr. Gareth Stace, UK Steel Letzten Sonntag brachte Theresa May zur Kenntnis, dass Großbritannien einen harten Brexit haben wird. Diese Aussage erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien nach Abschluss der Verhandlungen keinen problemlosen Zugang zum einheitlichen Markt haben wird. Wie wird sich dieses Szenario auf den Stahlhandel auswirken? In Zukunft wird dies ernsthafte Auswirkungen haben. Der Zugang zum einheitlichen Markt ist für die britische Stahlindustrie von entscheidender Bedeutung. 70% der Stahlexporte fallen auf die EU. Jede Hindernis auf diesem Weg ist sehr ernst zu nehmen. Allerdings ist auch die Freizügigkeit für unsere Branche von grundsätzlicher Bedeutung, denn wir sind ein internationaler Sektor und viele in Großbritannien ansässige Firmen haben eine internationale Eigentumsstruktur. Die Menschen sind es gewöhnt, sich frei vom Land zu Land zu bewegen. Ich befürchte, dass in diesem Amoklauf aus der EU viele wichtige Dinge im Lärm verloren gehen können. Zum Beispiel sind wir uns darüber im Klaren, dass für den Freihandel ein starker, schneller und wirksamer Handelsschutzmechanismus erforderlich ist. Das kann im Lärm verloren gehen und unsere Branche beeinträchtigen. Der Geschäftsführer von British Steel, Roland Junk, behauptet, Tata Steel sei wieder in den Gewinnbereich gestiegen, nachdem sie drei Monate früher von der indischen Mutterfirma verkauft worden war. Ist dieser bullische Anmarsch kurzlebig? Diese Nachricht über British Steel ist sehr willkommen. Unsere Branche braucht gute Nachrichten. Im vorigen Jahr kam eine schlechte Nachricht über die britische Industrie nach der anderen. Unsere Branche braucht Vertrauen, das Vertrauen bezüglich der Arbeitskräfte, Lieferanten und Abnehmer. Aber diese Verbesserung bezieht sich auf ein sehr niedriges Niveau vom Vorjahr, als man befürchtete, dass die britische Stahlindustrie überhaupt umgekommen sei. Die Situation in der Stahlindustrie bleibt aber unbeständig. Nach wie vor müssen wir Kosten tragen, die bei unserer EU-Konkurrenz nicht anfallen. Uns fehlt an einer langfristigen staatlichen Förderung. Jede Woche gibt die britische Stahlindustrie um eine Million Euro mehr aus, als die Konkurrenten in Deutschland. Unsere Körperschaftssteuern sind zehnmal so hoch wie in der EU. Auch im Versorgungsbereich und in der Infrastruktur mangelt es an einem festen staatlichen Engagement. Welches wettbewerbsfähige Versorgungskosten sicherstellen sollte. Obwohl sich die Branchenlage gegenüber dem niedrigsten Niveau in der Geschichte unserer Generation etwas verbessert hat, können wir mit Leichtigkeit in ein paar Jahren wieder in diese trüben Zeiten abrutschen. Die chinesische Stahlproduktion, die in diesem Jahr ziemlich stark war, wird im nächsten Jahr weiterzunehmen, so die UBS-Prognose. Stellte feste Wettbewerbsposition Chinas eine Gefahr für die britische Stahlindustrie dar? Ja, das ist ein großes Risiko. Die Weltproduktion von Stahl ist um August dieses Jahres im Vergleich zum August des vorigen Jahres um 1,9% gestiegen. In diesem Zeitraum ist die chinesische Produktion um 3% gestiegen und die britische Produktion ist um 38% zurückgegangen. Nicht nur unsere größten Stahlwerke erlitten im vorigen Jahr Verluste, sondern auch alle Unternehmen der Branche. Das Problem ist, dass weltweit nichts an den Hauptursachen des Rückgangs geändert wurde. Die Leistungsausnutzung der globalen Stahlindustrie sank auf das niedrigste Niveau seit der Krise 2008. Die Stahlwerkkapazitäten der Welt werden zu knapp 70% ausgenutzt. Dies ist ein Nachweis dafür, dass die grundlegenden Probleme der Branche nach wie vor bestehen bleiben. Das muss geändert werden. Die Überkapazitäten in China geben kein Anzeichen des Rückgangs. Im Gegenteil, nehmen sie meiner Meinung nach zu. In der Tat schließt China alte, ineffiziente Werke und ersetzt sie durch neue, größere und effizientere Stahlwerke. In der kurzfristigen Perspektive können die Handelsschutzmechanismen das Dumping auf dem Weltmarkt zum Teil bekämpfen. Aber auf lange Sicht muss China Maßnahmen zur Vorbeugung einer Überbelieferung des Weltmarktes treffen. Solange dies nicht zustande kommt, werden wir uns mit der weltweiten Stahlmarktkrise auseinandersetzen und eine kurzfristige Krise nach der anderen erleben. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Das war es für diese Übersicht des Stahlmarktes. Wenn Sie sich zu anderen Aspekten der Vorrechtsmärkte informieren möchten, klicken Sie auf die Webseite docascope.tv.